Mein Vater wird gesucht, er kommt nicht mehr nach Haus. Sie hetzen ihn mit Hunden, vielleicht ist er gefunden und kommt nicht mehr nach Haus. Oft kam zu uns es ab und fragte, wo er sei. Wir konnten es nicht sagen, sie haben uns geschlagen, wir stehen nicht dabei. Die Mutter aber weint, wir lasen im Bericht. Der Vater sei gefangen und hätt sich aufgehangen, das glaub ich aber nicht. Er hat uns doch gesagt, so etwas täte er nicht. Es sagten die Genossen, es hat ihn erschossen, ganz ohne ein Gerät. Heute weiß ich ganz genau, warum sie das getan. Wir werden doch vollenden, was er nicht kommt beenden. Und Vater geht voran. Wir werden doch vollenden, was er nicht kommt beenden. Und Vater geht voran. Und Vater geht voran.